ja hier entschuldigt schön dass die wieder eingeschaltet hat kurz nachdem die aufnahme gestoppt hat wurde ich überrascht ich würde überrascht werden aber warum müssen wir jetzt die richtung von mir in drei kann es wenigstens ausschalten was war das Alle sofort, nach ganz oben! Das ist dein Befehl! Ja, ja. Ich gehöre nicht zu eurer Truppe. Nein! Ich wollte ihn nur catchen. Nice job. Ja, 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 ja. Solange du das Zeug kriegst. Joa. Hat dich doch. Joa. Schau mal los. Schauen wir mal, wo mich der Aufzug hinbringt. Bling. Bling. Meister. Nö. Noch nicht. So, wo ist der? Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Oh mein Gott. Nein. Das musst du nicht tun. Bitte. Noch her. Komm her. Bist du wegen der Synth hier? Ähm... Synth? Wer ist das? Wegen welcher Synth? Wenn du nicht wegen der Synth hier bist, dann bist du wegen mir hier. Was willst du? Ich will deinen Runner Chip. Ich brauche das, was in deinem Kopf ist. Das kannst du nicht haben. Nein. Ich will nicht die Sieger nach. Nein. Ich will nicht die Sieger nach. Nein. Ich will nicht die Sieger nach. Nein. Ich kriege die Synth. Oh, 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 oh! So, jetzt komm. Oh, 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 oh. Passwort. Wunderbar, nehm mal mit. Runner Chip. Oh, komm. Da hätte er ja wohl ja noch ein Level abgeben können. Was für eine Sauerei. Das ist ja echt maßlos übertrieben. Hilfe! Er... Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meine... Hm. Was mich da wohl erwartet. Tür öffnen. Tür geöffnet. Wer sind die? Ähm. Ich will dein Chip. Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K-1-98. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth. Falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein. Ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Okay. Da bin ich mal gespannt, was wir da für ein Schmetterling losgetreten haben. K-1-98 war das, glaube ich, oder? Was uns da noch erwartet. Da freu ich mich an. So, da ist auch mal. Da ist durch ein Terminal gesperrt. Da haben wir doch schon eins, oder? Einmal aufschließen. Was erwartet da uns? Da geht's nach Haus? Ah, da geht's nach draußen. Eindeutig, ja. Der kann es hier draußen nur einen solchen Ort geben. Wie haben wir denn da? Nichts dabei? Okay. Tja, ohne Powerrüstung und vielleicht am Jetpack kann ich hier nichts machen. Ja, dann wieder zurück. Okay. 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 Da war man denn. Da ist immer hochkommen. Da ist noch ein Bach. Kaputtasate. Keine Gauke. Keine Gauke. Wie komme ich da rüber? Nicht von oben. Vielleicht von da. Ah ja. Ah ja. Das ist noch ein Bach. Da ist noch ein Bach. Muss es doch hier noch geben, oder? Vielleicht da drin. Reach. Ja, 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 ja. Das wär's. Wunderbar. Und? Ah, die Grafikkarte. Ah! Ah, das war schon mal so. Ah, ich hab's hier drauf drauf. War's nicht mal so? Oh. Ja, 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 ja. Ah, ich hab's nicht überall drauf! Ich hab's nicht viel drauf. Oh, ja, 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 ja. Da hat's nicht viel drauf. Oh, ja, 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 ja. Aber dann, ja, 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 ja. um er war jetzt nur ein einsteiger passvoller nachdem er hier nehmt der schreibzeug Wir sind ja vorn einfach so durchgerannt nach oben hin, das hätte man wahrscheinlich gar nicht gemusst da. Da war auch nichts mehr gehabt. Oh, ich kann's get back. Oh, ich kann's get back. Nein. Nein. Einmal Ausgang oben, einmal Ausgang unten. Fahr mal halt beim Aufzug. Ich will doch bloß hier raus. Raus. Geh! 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 auf dem Meer vor der Nase aber ich habe keine Granaten mehr außer Molli da geht es runter eine Kiste und geht es besser? nein ja nehmen wir mit naja, lassen wir schon herkommen können wir wenigstens schauen, ob wir irgendwas noch liegen haben lassen äh der macht sehr krach das war das das war das, was wir so einen Kryo Schaden erlitten haben das war die Waffe von dem ein bisschen nicer das Mikroskop das nehmen wir natürlich mit ja so da geht es noch weiter und das war das so so viel fehlt nicht mehr zum Level ab ich will hier runter springen nein okay das wollte ich jetzt mal nun warte ich nicht okay aber ich bin unten und krachen und krachen ja mal mit und krachen ja mal mit und krachen ja mal mit wunderbar wunderbar soll man jetzt die weiterverfolgen die Quest ja wir hätten ja einiges schon auch anderes was wir machen könnten so wäre es ja nicht da aber Bruderschaft will ich jetzt nicht unbedingt da Preston müssen wir nicht ah wobei ah wo müssen wir denn da genau hin dafür wo müssen wir denn da genau hin wo müssen wir denn da genau hin da hinterfeilen hier muss ich das bei der Railroad machen das wäre blöd den will ich eigentlich gar nicht hergeben diesen Runner Chip ich speichere mal hier dann sehen wir ja was passiert und einmal ab Quartier Pam will dich sprechen sie hat mir erklärt warum aber ich hab's nicht verstanden ach ein sehr guten Job als Traumler ich hab hier einen Bericht der liest sich mehr wie ein Comic anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Green Tech Genetics ja keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wovon du da redest also hat jemand der zufällig genau so aussieht wie du einen Runner ausgeschaltet mal so rein hypothetisch warum sollte sich jemand allein einen Runner vorknöpfen hm es ist meine Sache ich brauch nur den Code von diesem Runner Chip du hast einen ihrer Chips intakt? mir nach sofort nein einen Runner Chip zu entschlüsseln ist eine heikle Angelegenheit da können tausend Sachen schief gehen Datenverlust ist da noch das geringste Übel zum Glück haben wir genau den richtigen Mann für diesen Job hey Des brauchst du was? Tom wir haben dir einen Runner Chip mitgebracht nein was? echt jetzt? Mann sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen damit hast du echt den Jackpot geknackt gib mal den Chip her nein schauen wir was drauf ist ich behalte den ich weiß nicht ob ich das jetzt machen möchte wenn du soweit bist sag uns bescheid die Informationen auf dem Chip könnten eine Menge Leben retten nee nee ja wobei wir haben ja auch speichert bereit den Chip zu übergeben schauen wir mal ob wir den Code bekommen den du brauchst außerdem können wir so gleichzeitig der Organisation weiterhelfen was bringt uns dieser Runner Chip genau? auf diesen Chip sind nicht nur Codes auch Herstellungsmethode und Material verraten uns etwas über unseren Feind eine Kleinigkeit kann für unsere Agenten und die Synths die sie retten wollen über Leben und Tod entscheiden gib uns den Chip damit wir mit der Analyse anfangen können hier bitte ok Tom dann leg mal los ok kleiner Runner Chip lassen wir den Stromkreis Analysator mal an dich ran wir sind drin haben Zugriff auf den Chip fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum was? ich bete zu Gott dass das Institut uns nicht findet du schaffst das kleiner Speicherfehler da sind sie Verschlüsselungsalgorithmen ok wir sind noch im Geschäft oh man sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt das wird äh komm schon Baby führ mich zum Muster wo ist es? Moment sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator oh man das nenne ich Glück ich hab dich du Institutscheiße ich hab dich löse nach N auf komm schon zeig mir die Basiszahl komm Baby wir haben's wir haben den Code ha 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 ich lad ihn dir auf ein Holoband gute Arbeit Tom ich weiß nicht ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben Des und was dich angeht ich hoffe dir hilft das genauso viel weiter wie uns gute Arbeit ok es läuft mehr als man mitbekommen vertrau mir hm einmal zur Virtual wieder ja und mir überlegen wie ich ins Institut eindringen kann ach das ist jetzt doof ich will nicht schon wieder mit der Rüstung rumlaufen die habe ich gerade erst repariert hm 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 ja irgendwas anders komm Ich habe mich jetzt einfach mal in die Richtung entschieden. Auf der Map, ihr seht, da fehlen noch ein paar Punkte. Vielleicht finden wir da ja, wie zum Beispiel hier vorne, was wir noch entdecken können. Und wir kommen so schnell auf unser Level ab. Okay. Noch nicht. Ich komme irgendwann nochmal. Gar nicht. Oh, das ist ja gemein. So, ein Augenblick. Ich habe doch da ein Spezialgerät für Roboter. Oh, Frischluft. Das nenne ich Frischluft. Ja, einmal pulverisiert. So, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, das ist ein perfektes Folgenende. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.